Moin Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Mino, euer Brawl-Suchti. Ich spiel mal wieder ein, ich spiel mal eine Runde Battlelands. Battlelands ist ein Spiel, was ich schon mal gespielt hab. Aber da hatte ich eine lange Pause. Also, würde ich sagen, es kann sein, dass jetzt ein paar mehr... ...Battlelands-Videos kommen. Aber Brawl Stars bleibt immer die Nummer 1. Also, keine Sorge darum machen. Ich mach mal das ein bisschen leiser. So, da lass mal eine Runde, ja, Solo, ne? So, Leute, ich bin auch wieder am Start. Ja, mein Freund Ede wird mir jetzt zugucken. Oder Ede, mach mal... Oder Ede sagt ja auch Battlelands, oder hat es... Ich hab's wieder gelöscht. Nee, Ede hat's wieder gelöscht, okay. Ähm, dann spiel ich mal alleine, ne? Also, ihr wisst, ich hab's ja nicht so viel gespielt, ne? Aber... Ist eigentlich noch recht lang die Season, ne? Gut, ähm... So. Steig ja erstmal eine Runde Solo, ne? Würde ich sagen. Ede trinkt mir... Warum auch immer. Warum auch immer. Warum auch immer. Komm, ich geh mal in die Scully Island. In Scully Island. Oder ne, ich geh da hin. Da ist ein riesiges Haus. Und da wird wahrscheinlich eine goldene Kiste sein. So. Aber Brawl Stars bleibt natürlich immer die Nummer 1, wie schon gesagt. Also, keine Sorge, Brawl Stars ist und bleibt die Nummer 1. Also, ich wollte nur nochmal... Das ist wieder nix. Nein, das sind keine Wiedermix. Das Spiel oder was? Der Stil von hinten. Du bist tot. Oh, Leute, schnell weg. Leute, ich hab's noch überlebt. Geil. Ich hab grad sehr gutes Internet. Ich hab' mir 40 Minuten. Ja. Meine AP sieht jetzt nicht so gut aus, aber... Läuft schon. Läuft schon. Läuft schon. Ja, passt schon. So, Brawl Stars bleibt immer mit dem. Ja. Brawl Stars ist und bleibt die Nummer 1. Nein, Muni! Muni, warum verlässt du mich? Ich war doch immer so treu zu dir. Okay, eigentlich ne, ich hab euch immer nur verschwendet, aber... Komm, Digga. Ich mein, ich hab da jetzt ein bisschen Leben. Ja, und ein bisschen Schild. So. Also, was ich auch geil finde... Ich werd's auch mal hier die Abos, die ihr die neue mitfindet. Ja. Also, ich find's richtig krass. Geile Qualität. Also, ich find diese Season ist einfach perfekt. Ich find's ja nicht so geil, die Mä. Ich schon. Hm? Geh ne Wursch. Also, ich find sie sehr geil. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die man verändern kann. Das ist zum Beispiel die Belohnung bei diesen besonderen Kämpfen. Die find ich so ein bisschen low. Also, bei diesen Kämpfen. Wie findet ihr diese Map? Ja, genau. Wie findet ihr diese Map? Oh, Loot Drop? Soll ich den mir gönnen? Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich mal so ne Challenge machen soll. Auch in Brawl Stars. Was? Dass ich keine Powercubes einsammeln darf oder in Battlelands keine Waffe aufheben darf. Oder kein Leben. Ja. Gibt's? Kannst ja schon. So, es geht weiter so los. Ja, easy kill. Nehmen wir's mal. Hm. Ja, egal, Leute. Oh, Digga. Woll ich mich hier verarschen. Egal, Leute. Ich hab erst mal was. Kill abgestaubt. Guck mal schön das S betonen. Einfach betonen, Digga. Einfach betonen. Oh, ich glaub ich brauch den Sniper, weil ich hab nicht so viel Leben, da kann ich schon... Okay, ich bin komplett am Arsch. Oh, ich hab ganz so... Fliegst du. Aber, lieber, kann ich fly. Oh. Ich sterbe. Ja. Ja, denkst du. Schau leben. Oh yeah, äh ja, okay. Acht ist jetzt nicht so gut, aber... geht's. Leute, abonniert doch meinen Kanal. Er heißt Ede... Ne, Edwin Brawl Stars heißt er. Edwin Brawl Stars. 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 Edwin Brawl Stars heißt er. Edwin Brawl Stars. 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 Edwin mit Bindestrich bei Brawl Stars. Edwin mit Bindestrich Brawl Stars. Edwin mit Bindestrich Brawl Stars. Edwin 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 mit Bindestrich 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 Brawl Stars. dann wird es immer höher dann knackt ihr die 100 ja ja ich meinte abos knackt die 100 abos die 1000 abos kriegt knackt dann kriegt ich auch geld von also von youtube dann können wir mehr geld für das spiel reinstecken und dann macht es mehr bock also also dann macht auch für euch mehr bock also dann könnt ihr dann feiert ihr uns wahrscheinlich auch mehr also dann können wir auch mehr chest opening und brawl stars machen meinetwegen wenn ihr wenn ihr bellend so feiert auch in bedenlern finde ich jetzt nicht so krass mit der musik vielleicht aber nicht so also ich würde sagen leute und leute lasst auf jeden fall richtig viele abos da da können wir uns besseres handy leisten da können wir mehr videos raus haben bessere qualität bessere qualität und mehr videos für speicherplatz ja weil unser speicherplatz damals fast voll meiner geht eigentlich noch ich könnte noch ein stunden stream machen und bei ihm sonst bei 100 abos mit facecam und bei mir sind es mit 10 abos facebook weil er ein bisschen länger als ich bin also er weiter wollen wir jetzt nicht sagen ja wenn wir bin ich älter wir sind ja eine geschwister oder so wir sind nur verwandte ja also er ist mein cousin ja okay also ich würde sagen ich mache noch kurz mal so ein special kampf und dann würde ich sagen war es das ne so besiege kämpfe mit dem pace marker ah das ah nee ich kann leider nichts machen kann ich euch noch kurz mal mein skin zeigen ich habe jetzt nicht so die krassen so die habe ich halt den finde ich sogar sehr sehr geil ich würde gerne den haben diesen kürbis skin wie findet ihr dass wir jetzt dass man jeden skin kriegen kann auch von jeder anderen letzten season das finde ich mega geil also ich finde das auch geil da kannst zum beispiel stellt euch mal vor in fortnite kann man jetzt einfach so den schwarzen ritter kriegen ja das macht ja keinen sinn oder da ist das irgendwie dass man sich riechen rieke oder irgendein oder den weihnachtsmann oder diesen dynamite oder den weihnachtsmann mike einfach holen also weihnachtsmann mike ist auch nur wenn hier ist schon richtig geil ich würde sagen bis morgen aber wahrscheinlich auch bis heute kommt noch mal ein reaction video raus für wir haben auf mein kanal karten challenge gedreht und er musste was richtig ekeliges machen ja also schaut da auch vorbei leute schaut auf edel das hat das hat mich so geäkelt ne ich würde sagen wir beenden diese folge und ciao leute